Hallo bei ProKlima TV. Was macht man eigentlich als Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann bzw. zur Veranstaltungskaufrau? Daniel, du packst hier gerade, was hat das denn mit deiner Ausbildung zu tun? Ja, dadurch, dass man bei ProKlima individuell gefördert wird, kann man sich in jeder Situation weiterbilden. Da ich mich wirklich für die Technik interessiert, darf ich auf die Veranstaltungsreihen oder Touren mitgehen und die Eventsachen aufbauen, die Eventtechnik aufbauen und genau da bin ich jetzt gerade am richten für die nächste Tour. Und was ist deine eigentliche Aufgabe als Veranstaltungskaufmann? Ja, eigentlich ist es natürlich Organisieren, Planen und Durchführen von Veranstaltungen und genau das ist das Hauptthema vom Veranstaltungskaufmann. Und so eine Veranstaltung, so eine Geburtstagsparty hat ja jeder schon mal organisiert. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen so einer privaten Feier und wenn man das professionell macht? Das Grundgerüst ist natürlich dasselbe, aber bei öffentlichen Veranstaltungen muss man natürlich auf die Rechtlage achten und das ist natürlich so, die Einladungen müssen verschickt werden und das ist halt auch abteilungsübergreifend. Das heißt, man muss Leute mit einbeziehen und genau, das ist halt der große Unterschied dabei. Praxis ist ein wichtiger Teil deiner Ausbildung, aber auch Theorie, deswegen gehst du ja auf die Robert-Schumann-Schule in Baden-Baden. Da hast du ganz viele andere Mit-Azubis kennengelernt. Wo liegt denn der Unterschied zwischen denen, ihren Jobs und deinem Job? Ja, das erste ist natürlich, dass wir ein Industrieunternehmen sind, das heißt, wir sind meistens der Auftraggeber und viele meiner Schulkollegen sind halt meistens die Auftragnehmer, das heißt, die sind Dienstleistungsunternehmen im Event-Bereich, also Catering oder Event-Technik-Verleih und genau da ist schon mal der größte Unterschied. Du bist auch nicht nur im Veranstaltungsbüro, sondern hast jetzt verschiedene Stationen durchgemacht. Wie hat dich das weiter denn gebracht, verschiedene Abteilungen kennenzulernen? Ja, es ist erstmal so, dass man natürlich für sein eigentliches Feld auch die anderen Felder drumherum kennenlernen muss oder Abteilungen. Und deshalb war es ganz wichtig, natürlich im Office erstmal die ganzen Leute im Unternehmen kennenzulernen und dafür ist die Anlaufstelle natürlich erstmal super. Und natürlich auch den Versand kennenzulernen, um einfach mal zu wissen, wie die Abläufe sind, um halt das Ganze so zu organisieren, dass es denen am einfachsten ist, ihre Arbeit zu machen. Warum empfiehlst du das weiter, dass sich jemand bewirbt? Der Mensch steht einfach im Mittelpunkt, das heißt, ich war von Anfang an nicht nur ein Azubi, sondern wirklich ein Arbeitskollege und das heißt, dass man einfach gleich Aufgaben bekommt und die auch selbstständig abarbeiten kann und nicht dauernd irgendwie zur Ausbilderin zu gehen und immer wieder fragen, was für Aufgaben, sondern man hat einfach wirklich seinen Aufgabenbereich und arbeitet den selbstständig ab. Vielen Dank. Habt ihr also Lust bekommen, euch auch bei Proklima zu bewerben oder bei Proklima zu arbeiten, dann schickt euren Lebenslauf und ein paar Worte zu euch an bewerbung.atproklima.de Du darfst das halt nicht so sagen. Ja. Ich kann das nur sagen. Ich kann das nur sagen.